Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns an einem Beispiel an, wie du im Microsoft Excel leere Zellen oder Nullwerte in einem Diagramm anzeigen kannst. Bevor wir loslegen können, bitte ich euch diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Wissenstransfer im Bereich Business Intelligence und Data Warehousing anbieten zu können. Und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Standardmäßig werden Daten, die in Zeilen und Spalten im Arbeitsblatt ausgeblendet sind, nicht in einem Diagramm angezeigt und leere Zellen oder Nullwerte werden als Lücken dargestellt. Bei den meisten Diagrammtypen können die ausgeblendeten Daten in ein Diagramm angezeigt werden. Ich habe dazu drei Beispiele mitgebracht und zwar im ersten Beispiel ist zu erkennen, dass beispielsweise die Darstellung des Umsatzes für ein gesamtes Jahr, für das aktuelle Jahr, im Juni einen Datenpunkt bzw. ein Umsatzwert fehlt. Und deshalb auch in der Grafik keine Linie dargestellt wird. Im zweiten Diagramm mit den selben Daten ist zu sehen, dass für den Datenbereich Juni die Linie auf den Nullpunkt gezogen wird und somit eine vollständige Darstellung des Umsatzes möglich ist. Diesen Fall besprechen wir gleich anschließend. Die dritte Möglichkeit ist es, wie in diesem Diagramm zu sehen, ebenfalls dieselbe Umsatzdatenreihe. Und hier ist zu sehen, dass für den Monat Juni die Linie von Mai bis Juli durchgezogen wird. Sozusagen Juni wird nicht dargestellt bzw. es existiert eine Verbindungslinie vom letzten verfügbaren Datenpunkt bis zum nächsten. Sehen wir uns nun das erste Beispiel an, wie kann ich entsprechend im Diagramm die Linie bzw. den Datenpunkt auf Null setzen. Dazu wechseln wir in den Datenbereich. Dieser ist hier verfügbar und wie hier zu sehen, besitzt eben der Datenbereich für Juni der Datenpunkt keinen Wert. Und man kann diesen sozusagen einfach auf Null setzen und somit erhalten wir eine Linie auf den Nullpunkt. Man kann das für dieses Diagramm nachbessern. Wenn ich nun hier Null eingebe, dann wird die entsprechende Linie auf den Nullpunkt dargestellt. Kommen wir nun zum nächsten Beispiel und zwar, wie kann ich eine Linie vom letzten verfügbaren Datenpunkt bis zum nächsten darstellen. Dazu haben wir die dritte Datenreihe und in Excel gibt es die Möglichkeit, den Befehl NV in Klammern einzugeben und erhalte anschließend diesen Wert Raute NV und damit kann nun das Diagramm den entsprechenden Wert überspringen und habe nun die entsprechende Linie vorhanden. Wir können das ebenfalls für dieses Diagramm durchführen. Eine wichtige Option dabei ist, dass ihm diese NV-Werte auch dargestellt werden. Dazu wechsle ich nun in den Bearbeitungsmodus, erhalte NV. Zunächst wird noch keine Linie dargestellt. Dazu muss ich nun auf Daten auswählen klicken und kann nun in dem Menü ausgeblendete und leere Zellen klicken und habe darin eine Option, und zwar Raute NV als leere Zellen anzeigen, den Haken wegzusetzen und mit OK bestätigen. Ich bestätige auch hier und wie hier zu sehen, wird nun eine Verbindungslinie vom letzten verfügbaren Datenpunkt zum nächsten Datenpunkt dargestellt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen beiden Lösungen einen Weg aufzeigen, wie man mit diesen Nullwerten bzw. leeren Zellen umgehen kann und falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, euch zu antworten und freue mich natürlich, wenn ihr auch im nächsten Video mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!